Einen wunderschönen guten Morgen. Vor vier Jahren, da zerrte ich iMazing, zuletzt vor diese Kamera. Und in der vorletzten One-Episode über die Desktop-Software, da hatten iPhones noch Home-Buttons. Zugegeben, es gibt nicht mehr viele Gründe, sein Telefon mit seinem Mac zu verbinden. Apple investiert dort auch keine Zeit mehr rein. Und trotzdem existieren einige legitime Anwendungsfälle, die ich heute nochmal besprechen möchte.